Hallo YouTube und willkommen zurück zu dem Schocker-Game Dead Island. Genau, mit am Start. Mit dem Cajun. Ich, natürlich. Und der Benni auch. Ja, und wir spielen jetzt das erste Mal Go-Op. Und gucken mal, ob wir hier irgendwie mit irgendwie noch quatschen können. Ich glaube, da vorne mit diesem Typen konnten wir reden. Hey, wir müssen hier aus der Tür raus, glaube ich. Oder hier mit diesem... Kannst du... Hörst du das auch gerade? Ja. Ich bin resistent. Super. Super. Also wir sind immun. Ach du Scheiße, Monsoon ist auch nochmal ein Marsch. Ein Funkgerät. Ausrüstung. Antenne. Noch besser. Wird ja immer cooler. Also ich, ich mach mal A wie ja. Oh, die haben aber auch Titten hier. Gut. Ich hab die mal angenommen, die Quest jetzt, ne? Ja, nimm mal an. Okay, Bungalow 11 müssen wir hin beim Pool. Ja, machen wir das mal. Okay, bist du ready? Ich bin ready. Ach du Scheiße. Lass Zombies shenten. Ja, und wir werden uns jetzt hier durch die Gegend paddeln. Ist das geil. Gott, ey. Oh, mein Paddel ist kaputt. Echt? Scheiße, meins auch. Nein! Warte, hier sind Energy Drinks. Drink. Hörst du auf Energy Drink? Wir brauchen Waffen? Wir haben das Paddel weg... Ach hier, guck mal. Hier steckt irgendwas. Ich hab was. Piggy Bar Schild hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße, scheiße, scheiße. So, okay. Jetzt lass uns mal hier durch die Zombie-Mauten paddeln. Jo. Aber nicht rennen, laufen. Wir gehen hier einfach eine Karte entlang. Weil ich hab jetzt schon gesehen, es fordert wirklich alles sehr viel Energie, was man hier in dem Spiel macht. Oh ja. Ja, das Coole hier an dem Spiel ist, dass man immer diese schöne Minimap hat. Und es ist ein Open-World-Spiel. Das heißt, man kann überall hinlatschen. Und muss diese Quests nicht erfüllen. Oh, da ist ein Koffer. Man kann hier machen, was man will, worauf man Lust hat. Und, äh, kann man hier reingehen vielleicht sogar? Acht Dollar haben wir. Ne, kann man nicht reingehen. Scheiße. Egal, wir gehen weiter. Ich hoffe, die Zombies kommen auch bald mal. Denn ich bin blutrünstig. Ich bin... Boah, yeah. So, ich hab jetzt auch einen Stock. Weiß nicht, was besser ist. Wir dürfen, wie gesagt, nur nicht rennen, weil die Energie ist schon zweck. Und dann können wir uns nicht mehr prügeln. Und wenn du zuschlägst, ist es auch wichtig, dass du das... Oh, das ist noch ein Energy-Drink. Die müssen wir immer saufen. Da hat man mehr Energie. Wichtig ist auch irgendwie, Benny, dass du... Du hast ja einen Charakter genommen. Du bist ein Wurfwaffentechniker. Das heißt, du musst irgendwie werfen. Ich bin so Nahkampf-Fuzzi. Das heißt, ich hab mehr Power im Nahkampf. So kommst du. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mach du Blatt. Die Schlampe hat ein Messer. Nimm das Messer. Yeah. Bist du nicht tot? What? Die war doch nicht tot, die Schlampe. Nein. Oh Gott. So, wir müssen gerade aus weiter. Aber ich sehe wieder so viele Taschen. Wir müssen das alles aufsammeln. Das sieht ja echt himmlisch aus irgendwie. Ja, ist schon ganz gemütlich. Schöne Blutspur. Nicht, dass sie aufstehen, ne? Ich hab mal weggemetzelt. Ja, lauf mal weiter hier. Oh Gott, ey. Ist das blutig. Immer... Oh, ich hab's gewusst hier. What the hell is this? So, alles im Griff, wa? Klar. Hier, Mülleimer durchsuchen. Mein Messer kann aber auch kaputt gehen. Stacheldraht, sehr gut. Stacheldraht ist super. Reiniger hab ich gefunden. Oh Gott, guck mal da hinten. Ready? Ready. Schön auf den Kopf zielen. Oh Gott. Hilfe. Die beißen mich, Benni. Du sollst nicht auf mich messern. Ich kann dich auch gar nicht verletzen, glaube ich. Oh, man kann die Viecher durchsuchen hier. Oh mein Gott. Mein Stock schaut auch nicht mehr so gut aus. Nee, mein Messer ist auch breit hier. Oh, Molotow-Cocktail. Hahaha. Seife. Ach du Scheiße. Es gibt Seife. So, jetzt drück mal aufs Mausrad. Und da kannst du hier deine Waffen auswählen. Hast du... Haben wir mehrere Waffen? Ja, pass mal auf. Bleib mal stehen. Nichts machen. Ja, super getroffen, ey. Den hättest du dir auch für eine große Horde aufheben sollen. Mann, du bist eine Hajo-Pai. Jetzt haust du hier unsere letzte Reserve raus. Scheiße. Müssen durchs Wasser. Die Schuss verbrennst du. Was haben wir denn hier noch? Wie ich verbrenne? Brenne ich? Nö, noch nicht. Ja, das ist ja gut. So. Du brauchst einen Energy Drink. Ja, gib mal her. Ja, du musst dich hier suchen. Ja, du hast doch welche. Gib mir einen Energy Drink. Da, Alkohol. Ach du Scheiße. Hier. Warte mal. Drück mal auf I. Da kannst du hier so ein bisschen Update-Punkte einsetzen. Ah, wo? Na-Kampf-Spezialist habe ich jetzt genommen. Auf I. Ich nehme Kampf. Ja, ich auch. Die ganze Zeit schon. So, was haben wir denn hier? Zerstörung. Ah. Stufe 2. Ich habe keine EP mehr. Okay. Egal. Aber wie zur Hölle? Warte mal. Kann man denn hier ins Inventar? Da ist Inventar. Ah, ja. Okay. Batterie, Deo. Was brauche ich hier? Seife kann ich auch nicht essen. Scheiße. Ich habe nichts hier. Gepär. Ich nehme mal ein bisschen Deo. Gib mir mal Energy. Energy habe ich nicht. Energy trinkst du immer direkt. Du musst hier immer auf der Karte gucken. Okay. Ja, dann musst du es mir mal nicht wegschnappen das nächste Mal. Energy. So. Hier. Lass mal hier hochlaufen. Muss denn hin? Oh, Koffer. Warte mal. Hier, komm. Lass mal die Bar untersuchen. Hier sind auch Energy Drinks ohne Ende. Sehr gut. Sieht aber eher aus wie Cola. Gibt es hier irgendwo Whisky? Scheiße, es gibt kein Whisky. Alter, was ist... Wow, pass auf hinter dir. Der Wichser. Du hast nur das Messer eigentlich hier, sag mal. Ich habe alles am Start. Oh, hier, die Tür geht auf, Benni. Jo, ich trinke hier noch ein bisschen was. Ja, ja. Lass mich ruhig alleine da einbrechen. Ist okay. Sind ja nur 30 Zombies drin. Ein Paddel. Scheiße, was soll ich denn mit der ganzen Seife hier? Ich habe Alkohol gefunden. Dietrich Stufe 1 benötigt. Hier sind 100% die Waffen drin. Ich würde sagen, dass wir die Energies, ähm, Drinks auch irgendwie so liegen lassen. Falls wir die später irgendwann mal brauchen. Weil ich bin voll. Also hier braucht man jetzt einen Dietrich für diese, ähm... Für was? Ja, hier für die Kiste. Ach, Tatsache. Okay. Ich habe Draht, habe ich. Warte mal. Ja, aber du brauchst Dietrich Stufe 1. Oh Gott, ist das spannend. Das ist auch wirklich so das erste Spiel. Also das halb Rollen, halb Action Spiel, wo man echt im Koop spielen kann, was ich kenne. Also so Fallout und sowas kann man ja nicht im Koop spielen. Ich finde das eigentlich ganz geil. Ja, vor allem wir müssen uns echt mal darauf beschränken, hier ein bisschen noch Waffen zu finden. Wichser. Jetzt kommt der nächste hier. Ach, ich habe genug Paddel und so. Guck mal, was ist hier. Erstmal hier hoch. Wie, wie... Ah, okay. Ja, Richtung Missionsziel jetzt erstmal. Och Mensch. Was du immer die ganze Mission machen willst. Du willst das auch nur durchrotzen, das Spiel. So, hier lang. Oh Gott, dann... Oh Gott, ich habe die Pool gefunden. Schlampe. Ist der tot? Oh yeah, wohl. Jetzt haben wir hier ein Dings hier. Meine Frau, mein Vater, mein eigener verdammter Bruder. Ey, du sammelst dir die ganze Messer ein, oder was? Ja, ich habe auch... Du bist ein Penner. Ja, ich quatsch gerade mit dem. Hörst du das eigentlich oder hörst du das nicht? Natürlich höre ich das, aber es interessiert mich nicht, was der erzählt. Och, das ist... Ich habe Abwasserrohr. Das ist kein Metzelspiel. Das muss auch ein bisschen gucken, was man machen muss. Okay, soll ich ihn töten? Geht nicht. Wichser. So, weiter geht's. Was liegt hier noch so rum? Keine Ahnung. Oh, Geld. Geld ist immer gut. Also ich habe hier so ein episches Abwasserrohr. Ein episches Abwasserrohr? So, wo bist denn du? Ja, hinter dir. So, komm mit. Du siehst mich auf der Minimap. Minimap! Oh Gott, da kommt was, da kommt was. Komm, mach fertig. Schaffst du den alleine, den Wichser? Ja, klar. Oh, der sieht ein bisschen größer aus hier. Yeah. Okay. Ein Telefon hatte der. Du sollst die Scheiße nicht immer einsammeln. So, wir gehen übrigens in die falsche Richtung, ne? Wollte mal kurz ein Bart nehmen. Ein Blutbart? Ein Blutbart. Okay, hier sind wir. Hier müssen wir rein, nämlich. Okay, da liegt einer. Der blöde Wichser. Okay, ich habe mal Energy Drink genommen. Ich habe mal das Radio angeschaltet. Okay, hier muss irgendwas sein. Ich höre aber nichts. Du hörst keine Musik hier am Tisch? Ach doch, ein bisschen. Ich habe Musik bei mir so leise eingestellt. Alter, das Game ist mal richtig geil. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich das nicht schon vorher gespielt habe. Was ist so dein erster Eindruck? Also, ich bin bisher auch ziemlich positiv überrascht. Aber die Grafik muss man halt Schritt für Schritt perfektionieren, dass man das hier richtig die Einstellung hat. Oh Gott, jetzt bin ich besoffen. Oh! Oh! Hilf mir! Oh Gott, ich bin besoffen, Benni. Echt? Hast du Alkohol gemacht? Ja, aus Versehen. Ich wusste nicht, dass ich das in der Hand hatte. Idiot. Scheiße. Oh Gott. Der geht ja rückwärts, wenn man nach vorne drückt und so. So, komm, wir müssen was im Haus haben. Mensch, du bist aber auch am Talken. Oh, warte, ich komme. Scheiße, bist du besoffen. Warte, ich brauche mal erstmal hier eine Waffe. Oh. Wo ist mein Paddel? Ich habe... Wie kann ich mein Paddel? Ich sage mal, ja, guck mal, ich habe ein Sammlerstück gefunden. Wo denn? Aufzeichnung. Okay, warte. Warte, pst, pst, pst. Wo ist der Untertitel? Ist keiner da. Das ist ein Todballet. Scheiße. Muss trotzdem keiner da sein. Das ist eine Freche halt. But costing the people of Bennoe billions. I've been told that my life might be in danger, as those behind this illegal activity will stop at nothing, to protect their... Boah! Wo ist dein Marlekoch, guck dir! Oh mein Gott. Scheiße, die frisst mich gerade, Benni. Benni. Benni, wo bist du denn? Hau dir weg da, die alte Schlampe. Yo, tot. Los! Die greift mich immer noch an. Alter. Das war jetzt gerade mega Grafik-Bug, weil... Ich habe gar nicht gehört, dass du hinter mir angegriffen worden bist. Oh Gott, ey. Die hat mich weggemetzt, die alte Schlampe. Jetzt brauche ich Energydrinks. In der Hütte waren auch noch welche. Habe ich noch zwei extra stehen lassen, noch? Oh mein Gott, ey. Oh, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So. Gut, dass wir sie stehen lassen haben. Okay, super. So, weiter geht's. Oh Mann, 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 Mann. Dann lässt du mich da einfach verrecken. Du bist doch die alte Dame, du musst mehr aufsammeln hier. Guck mal, ich habe schon ein cooles Tauchermesser. Was? Kriegst du... Oh Gott. Hier ist einer leicht verbrannt. Oh. Na komm, lass ich dir mal den Vortritt. Du machst das schon. Ich sammle jetzt auch mal ein hier. Ich mache das mal so wie du vorhin. Oh Gott. Die Wichse. Wow, der hat mir jetzt gut eingehlt. Gott, bist du tot? Nee. Oh, hier ist wieder so ein episches Abwasserrohr. Gut. Und noch ein Messer. Gib mir mal irgendwie ein Messer oder so. Ich habe gerade nichts mehr. Ja, warte. F. Haben wir handeln? Äh, nee. Ich kann das droppen übers Inventar. Warte mal. Das ist auch gut. Das geht dann schneller, oder wie? Fallen lassen. So, hier liegt's. Spitze. Erinnere mich ein bisschen an Warzat. Oh yeah. So, und wenn du das Mausrad drückst, kannst du in einem schnellen... Ja, ich weiß, ich weiß. Halt. Ich weiß. Klampe. Bist du auch echt hier so der Sammelfreak, ne? Oh, das ist doch mal ein Möppelchen hier. Ja, ja. Der hat auch nicht was auf die Rippchen, der Kollege. Oh, scheiße, scheiße. Siehste? Wenn er sich einmal in einem Mangel hat, der Wichser. So, hier geht's, Ank. Ja, man muss sammeln. Das ist ja ganz wichtig in dem Spiel. Vieles ist auch schon ersammelt worden. Mhm. Aber ich krieg nur Reiniger und so'n Scheiße. Ich hoffe, wir können irgendwo mal was verticken bald. Hier auf dieser Trauminsel. Das ist immer dieser schöne Ausgleich zwischen Cajun und mir. Ich will immer alles sammeln, dass wir da über die Runden kommen. Er will's immer zu Geld machen. Ich... Ja, genau. So sieht's aus. Und von dem Geld dann was Tolles kaufen. Du läufst irgendwie voll in die falsche Richtung, oder? Nein, nein, nein. Wir müssen wieder zurück. Wo wir waren? Wir haben ja jetzt die Quest erfüllt, quasi. Ah, ja. Wir holen uns jetzt unsere fette Belohnung ab. Ich hoffe, der hat irgendwie einen Kalaschnik auf, oder so. Das wäre schon mal super nice. So, liegt hier noch irgendwas am Strand? Oh, was ist das? Nix. Gar nix. Ich geh mal hier hinten rum. Jo, ich geh mal rein hier. Ja, ich bin gerade wieder im Dialog. Warte auf andere Spieler. Sofort fahren. Wo bist du? Ja, hinter dir. Du musst auch ein bisschen auf deine Karte gucken. Oh Gott! Eine kleine Propalgasflasche mitgenommen. Wichser. So, du musst jetzt auch mit dem Typen reden, glaube ich. Jo. Drück mal F. Bauplan genagelt. Super. Oh, das hab ich mir auch noch mit, das olle Paddel. Die würde ich gern nageln, ja. Du sollst halt nicht am Arsch lecken. Achso, Entschuldigung. So, weiter geht's. So. Ne, warte. Wir müssen hier wieder mit dem Typen reden. Der hat, glaube ich, eine neue Quest. Ach, schon wieder? Ist das der? Ja. Klar. So, komm schon. Okay, ich hab jetzt hier einen Zettel in der Hand. Wie müssen wir denn jetzt quatschen hier? Egal, das werden wir im nächsten Part draus finden, denn die 15 Minuten sind schon wieder oben und zwar in 8 Sekunden. Das ist doch der Zettel, oder nicht? Ja, warte, ich muss mir das hier noch angucken. Ah, okay, jetzt haben wir die neue Quest. Jawohl. Oh Gott, hast du sie gehört? Ne, ich hab sie noch nicht gehört. Die Aufmerksamkeit. Wir. Ja. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Benni und CajunLP. Tschüssi.